Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Impuls. Heute mit dem Thema Aufgedenkt. Die Top 6 der beliebtesten Verhandlungstricks, auf die du garantiert nicht mehr reinfällst und dich in Zukunft zu wehren weißt. Starten wir dazu mit einem Zitat von Irren Kolfer. Er hat gesagt, der Trick bei Verhandlungen besteht darin, von Anfang an alle Karten in der Hand zu haben oder zumindest so auszusehen, als ob dem so wäre. Deshalb dreht sich heute alles darum, sie dich zu sensibilisieren für die Tricks der Verhandlungsprofis. Dafür enttane ich auch heute exklusiv die Top 6 der beliebtesten Verhandlungstricks, damit du oder sie, ganz wie du magst, in Zukunft nicht mehr darauf reinfällt. Trick Nummer 1 ist der sogenannten Kartenspielertrick oder auch der Bluff. Das ist eine bewusste Irreführung oder Täuschung. Da geht es zum Beispiel darum, der Wettbewerb ist günstiger, der Markt ist preislich aktuell rückgeläufig, das wissen sie ja auch, da müssen sie schon am Preis nochmal was tun, sonst sind sie da nicht mehr marktgerecht. Das kann ich dann auch nicht mehr entscheiden, wenn sie den Preis noch machen können, da bin ich leider nicht mehr entscheidungsbefugt, das müssen wir dann an den Vorgesetzten weitergeben. All solche Dinge kennst du und sie sind oft nur Bluff. Nur die meisten Menschen nehmen es einfach so hin, anstatt nachzufragen und nachzuhaken. Wenn dich das interessiert übrigens, dann spreche ich mich gerne an. Ich kann dir gerne dazu ein paar nähere Tipps geben, vor allen Dingen aber auch dir eines unserer Trainings empfehlen, wo du unter Garantie genau in das Thema sehr tief eintauchen darfst. Und es geht auch beim Bluff darum, dass das auch mit Gestik, Mimik einhergehen kann. Dem Stirnrunzeln, dem Kopfschütteln, der Nervosität, die anzusehen ist, was auch immer. All das kann Bluff sein. Fall nicht darauf rein, sondern überleg dir zweimal, ob du dich den Bluff einfach hingeben willst. Was ist das Ziel? Naja, man will dir Zugeständnisse ganz einfach abbringen und die Lösung ist ganz einfach. Bereite dich professionell auf deine Verhandlungen vor. Wer den eigenen Markt und den seiner Kunden kennt, der enttarnt auch schneller und einfacher den Bluff und bleibt dann gelassen, um eben auch souverän zu wirken. Zweiter, sehr häufiger Nutzer-Drück ist die Vernebelungstaktik. Da werden Informationsfluten losgetreten und das eigentliche Verhandlungsziel in einer Nebelwolke versteckt. Kennst du gut, wirst du aber in Zukunft ganz bewusst darauf achten. Das ist immer dann, wenn Menschen anfangen, dir viele Dokumente zu zeigen, dich auf ganz viele Dinge hinzuweisen und versuchen, deinen Fokus vom eigentlichen Thema wegzulenken. Oder gerne mal in der Vergangenheit rumkramen, weil sie aufs Aktuelle nicht vorbereitet sind oder weil das Aktuelle nicht das ist, was du vielleicht gerade suchst und sie es vorher schon genau wissen. Trick Nummer 3, friss oder stirb oder auch die Einschüchterungsmethode. So nach dem Motto, ich konfrontiere mal als Verhandler nach dem Motto, take it or leave it. Hier wird Druck über Deadlines aufgebaut oder auch mit dem Abbruch der Verhandlungen gedroht. Hier gilt es, Mut zu haben, klare Kante zu zeigen und an den partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe immer wieder mal zu erinnern. Weil Drohungen und Konfrontationen haben nichts mit partnerschaftlichem Umgang zu tun und du solltest dir deine Kunden dahingehend ganz gut aussuchen. Weil die Unternehmen, die langfristig am Markt erfolgreich sind und die langfristige Partnerschaften anstreben und ich gehe davon aus, das möchtest genau du auch, die werden so mit dir nicht umgehen und für alle anderen können sich ja gerne andere kümmern. Ganz wichtig, Nummer 4 auch immer wieder zu sehen, die Salami-Taktik. Da möchte ich dir einen Satz mitgeben vom ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Joe Claude Juncker. Der hat die Salami-Taktik nämlich mal so und das trifft ganz gut beschrieben. Wir beschließen etwas, stellen es in den Raum und warten einfach mal einige Zeit ab, ob etwas passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begriffen haben, was da beschlossen wurde, dann machen wir einfach weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Auf die solltest du in Zukunft auch nicht mehr reinfallen. Sind wir schon bei Nummer 5. Viel Lärm und nichts. Wo erleben wir das? Gerne mal bei Tarifverhandlungen. Da fordern Gewerkschaften deutlich mehr Lohn, verbesserte Altersbezüge, deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen bei möglichst noch weniger Arbeitszeit. Aber was ist das Ziel? Naja, ganz einfach, die Kernforderung, beispielsweise eine moderate Lohnerhöhung im Minimum zu erzielen. Der Bonus für das Gegenüber bei den Verhandlungen ist aber auch nicht zu unterschätzen, denn der kann hinterher sagen, schaut, was wir denen alles abgerungen haben und es hat ihnen auch richtig wehgetan. Deswegen ist diese Methodik oder diese Taktik so häufig gerade bei Tarifverhandlungen zu beobachten. Und dann gibt es noch ein Prinzip, das etwas anrückig klingen mag. Ich werde es dir aber trotzdem heute verraten. Das ist das sogenannte Call-Girl-Prinzip. Und nein, ich bin nicht für deine Assoziation jetzt zuständig, aber lass auch einfach mal deine Gedanken spielen. Es geht darum, dass häufig in Verhandlungen auch mit physischen und auch zwischenmenschlichen Beziehungen, Berührungen, Lob oder auch Schmeichelungen oder Spiegelungen deines eigenes Verhaltens, deiner eigenen Sprache gearbeitet wird. Vor allen Dingen immer dann, wenn du erkennbar Kaufinteresse zeigst. Dann wird ganz schnell der Preis genannt, bevor der Leistungsumfang überhaupt bekannt und diskutiert worden ist. Oder es wird in kleiner, eine kleine Bitte noch, in letzter Sekunde noch mal eingestreut, um sich noch den letzten Vorteil zu verschaffen. Interessant zu wissen hier, wir haben da so eine Tendenz, die meisten von uns, wenn sie nicht professionell sich auf solche Situationen vorbereiten, dass wir in eine Tendenz zur Zustimmung neigen, weil wir den Gesamterfolg jetzt nicht riskieren wollen wegen so einer kleinen Sache. Ihr kennt das Beispiel aus dem Alltag, der Schlüsselnachtdienst beim Weihnachtsshopping oder am Valentinstag, wenn klar ist, du musst eigentlich kaufen, was du gerade in der Hand hast und die nette, charmante Verkäuferin dir bestimmte Dinge wie die Karte zum Valentinstag noch mit dazu verkauft oder die Blumenversicherung oder beim Weihnachtsshopping noch die Lieferung oder was auch immer dir dazu noch an Assoziationen kommt. Deshalb zu allen diesen sechs Verhandlungstipps heute noch mal mein eingehender Denkanstoß für dich. Bereite dich auf Verhandlungen bitte professionell vor. Versuch auch Störungen oder mögliche Störungen vorab entsprechend zu vermeiden. Mach keine Zugeständnisse ohne irgendeine Gegenleistung und notfalls unterbrech lieber, um deine Gedanken zu sortieren und die Optionen in Ruhe zu bewerten. Und achte vor allen Dingen auch ein bisschen auf deine eigene Gestik, Mimik, Körpersprache, auf eine souveräne Ruhe und eine professionelle Gelassenheit kommt es genauso an. Und wenn du, wenn ihr bei schwierigen Verhandlungen in Zukunft nicht mehr in Stolpern kommen wollt, sondern ganz souverän diese meistern wollt, dann empfehle ich euch, uns mal einfach dazuzunehmen für ein Verhandlungstraining, für ein Inhouse-Training nach Maß. Und eins kann ich dir auch sagen, und das sagen übrigens nicht wir, sondern unsere Kunden, eine Entscheidung, die sich unter Garantie auszahlt. Das sagen immerhin mehr als 400 Referenzstimmen. Wenn du mehr wissen willst, schau auf unserer Webseite vorbei, da findest du alles. In dem Sinne, vielen Dank dir und ich wünsche dir noch eine tolle Woche.